Wir sind zum Review-Podcast, zum 1 zu 1, im Topspiel Montagabend gegen Arminia Bielefeld. Der Vlog ist ja seit gestern Abend online und jetzt dann heute früh auch hier dieser Review-Podcast und dann wie immer gewohnt die Tage dann. Preview für Wiesbaden, Trailer für Wiesbaden. Ja, alles in allem muss man schlichtweg sagen, dass es, ja, wenn man böse ist, wir wollten es einfach nicht. Also wir haben einfach zu wenig dafür getan, um ernsthaft gegen Bielefeld zu gewinnen. So ist es nun mal leider. Und dass Bielefeld eine Comeback-Mannschaft ist, ich glaube wir haben neun Spiele zurückgelegt oder so und sieben davon noch gedreht bzw. nicht mehr verloren. Nur zwei haben sie wirklich verloren, und zwar gegen uns, war halt last minute, ne, und gegen St. Pauli. Also das Hinspiel von uns, das 0 zu 1 auswärts. Ja, die erste Halbzeit war, ja, wirklich einfach stinkend langweilig. Es war ein non-stop abgetaste, auch vor dem Spiel, wegen dieser Corona-Sache da, mit dem Coronavirus. Na, die sind diese neuen, oder die neu für Montag eingeführten quasi Kontrollsachen. Das können eigentlich kein Grund sein. Man musste sich einfach nur mit dem Rücken, statt quasi face-to-face, zum Ordner stellen, mit der ich abtaste. Das war es eigentlich. Aber wir mussten trotzdem, wir standen da trotzdem eine halbe Stunde lang, um da reinzukommen. Also in der, in der Menschentraube. Also hat das irgendwie auch, ja, da stehst du halt eine halbe Stunde in der Menschentraube zusammen. Das ist wahrscheinlich gefährlicher als die 90 Minuten im Stadion, sich irgendwo anzustecken. Jetzt in unserer Sitzplatzregion da. Ich hatte auch zugegebenermaßen nicht wirklich Angst davor oder so, oder während dem Spiel keine Angst davor, dass ich da jetzt im Stadion sitze. Und oh Gott, jetzt ist ja so ziemlich, was heißt so ziemlich, es ist ja jetzt absolut alles bei uns Geisterspiele in Deutschland. Ja, ist doch gut so, wenn es die Empfehlungen gibt, dann mach das. Alles okay. Das Spiel gab es jetzt halt noch. Das letzte Heimspiel für eine, oder das letzte Zuschauerspiel für eine Weile wahrscheinlich. Ja, dann mach das, das sind die Vorschläge von Experten, die haben Ahnung, dann mach das so, alles in Ordnung. Ich war auch immer eigentlich auf dieser Schiene nach dem Motto, ja, nee, das ist völlig übertrieben, was ihr da alle macht und scheiß Medienhalb und alles. Das stimmt halt auch einfach für die meisten Fälle, weil diese, ja, das Problem ist einfach, man hat kein Gegenmittel. Einfach, man hat, ja, auch wie es sich jetzt weiterentwickelt, man hat einfach zu wenig Wissen und das macht Angst. Angst ist ansteckend, fertig, aus. Deswegen haben da so viele Angst und Hamsterkäufe und so weiter. Für uns, oder jetzt, sag mal, für meine Gruppe, jetzt hier, bin ja 19, da herrscht eigentlich, oder im Normalfall nicht viel Gefahr. Wir sind halt einfach nur eine Gefahr, wenn wir uns wirklich irgendwo anstecken, gut, dann kriegen wir halt vielleicht im schlimmsten Fall eine Lungenentzündung oder wir sind einer der wenigen Fälle, wo es wirklich kritisch wird, dann natürlich auch scheiße. Wir sind ja an sich gesunde, junge Leute, nicht so wirklich die, ich wollte gerade Zielgruppe sagen, nicht so wirklich die Problemgruppe, was diesen Virus angeht, aber wir sind einfach Gefahr als Überträger. Jetzt an Oma, Opa, an sonst was. Ich glaube, bei über 80 sind wir, glaube ich, schon bei 25 Prozent knapp, was die Sterberate angeht. Das ist einfach jeder Vierte. Oder halt, ich weiß nicht, ob es über 80 plus eine Vorerkrankung ist oder einfach nur über 80, aber das gibt es ja auch mit Vorerkrankungen. Und das ist ja dann das Alter meines Wissens, glaube ich, relativ egal. Also an sich alles in Ordnung so. Jetzt hat auch Inter Mailand sich komplett rausgezogen, heute aktuell, Mittwoch früh, nee, Donnerstag früh, komplett rausgezogen aus allem, aus allen Wettbewerben. Viele Spiele, ja, sind einfach Geisterspiele oder werden verschoben oder wie Serie A findet einfach nichts mehr statt. Oder auch die deutsche Hockey-Liga einfach so abgebrochen. Die NBA, glaube ich, auch nicht abgebrochen stand jetzt, aber halt einfach unterbrochen. Da passiert auch nichts mehr. Du darfst nicht mehr, also jetzt aus Deutschland, darfst du nicht mehr in die USA einreisen für 30 Tage und, glaube, auch nicht mehr aus den USA nach Deutschland zurück. Irgendwie so. Ich glaube, das einzige Land, was der Trump gerade nicht rausgeballert hat, ist, glaube die United Kingdom, die Vereinigten, äh, nee, nicht Vereinigten, keine Ahnung, halt England und Co. Da bin ich jetzt gerade zu blöd für, mir das zu übersetzen. Das Vereinigte Königreich, doch, stimmt schon. Ähm, ja, also es ist, es fickt halt komplett rein in so ziemlich alles, ne, was auch, was auch hier in Richtung Fußball geht, weil Fußball brauchst du ohne Zuschauer nicht spielen. Das ist, das, das PSG-Spiel gestern oder auch gestern ist das, äh, Gladbach-Köln-Spiel. So, die Scheiße musst du dir nicht geben. Das macht, da kann auch, ja, das kann auch das geilste Spiel gerade überhaupt sein. PSG Dortmund ist ja nominell kein schlechtes Spiel gewesen. Aber es, ja, es hat null Reiz, diese Scheiße anzugucken. Ist halt einfach so. Natürlich, es kann, die DFL kann nichts dafür, der DFB kann nichts dafür, die einzelne Vereine können nichts dafür. Allgemein niemand auf der Welt kann, was dafür, dass dieses Coronavirus ausgebrochen ist. Außer vielleicht noch so ein bisschen, quasi da, wo es gestartet ist, in China, dass die es halt am Anfang, wie man es halt so üblich hat, so ein bisschen verschleiert haben und nicht an die Außenwelt bringen wollte. Und das hätte man vielleicht schon damals, wenn man es direkt gesagt hätte, ein bisschen verlangsamen können, das Ganze. Aber, ja, ich werde wirklich alles jetzt hier Geisterspiele werden. Jetzt wurde auch schon vom VfB gesagt, dass wir, ich komme gleich wieder zum Spiel zurück, keine Sorge, dass das Kiel-Auswärtsspiel auf jeden Fall ohne Zuschauer stattfindet. Da gibt es auch die Ticketrückerstattung. Und Stand jetzt auch die Heimspiele gegen HSV und gegen Osnabrück, was mich persönlich extrem nervt, weil der HSV wäre einfach ein geiles Spiel gewesen und ein absolut aufstiegswichtig oder aufstiegsmitentscheidendes Spiel gewesen, vor ausgeverkaufte Bude, Montagabend. Aber es ist ja noch alles Stand jetzt. 6. April ist dieses Heimspiel zum Beispiel gegen HSV. Ein bisschen Resthoffnung bleibt, aber so wie es sich gerade entwickelt, habe ich erst das Gefühl, dass wir irgendwann wirklich vor dem Fall stehen, dass man vielleicht eine EM nach hinten verschiebt und dann die Saison unterbricht und später weitermacht, wie auch immer. Aber egal, was da am Ende rauskommt mit diesen ganzen Geisterspielen, klar ist es für jeden jetzt mehr oder minder die gleiche Voraussetzung. Den HSV trifft es ja genauso. Sie haben auch noch ein ausverkauftes oder ich meine ausverkauftes Heimspiel gegen Bielefeld, was vermutlich dann wegen Corona keine Zuschauer hat. Also es ist mehr oder minder dann doch noch irgendwo gerechter Wettbewerb, weil halt alle jetzt Geisterspiele spielen. Aber egal, was da am Ende rauskommt, das kannst du halt einfach nicht für voll nehmen. Das kann ich einfach nicht ernst nehmen, weil so macht Fußballgucken keinen Spaß mit Geisterspielen. Den Spielern macht es auch keinen Spaß. Das hat einfach einen Einfluss wahrscheinlich auf die Spiele selber, auf die Leistung und wie auch immer, wenn da keine Fans im Stadion hocken, da bin ich der vollen Überzeugung. Von dem her ist es dann einfach am Ende durch acht, neun Geisterspieltage keine, ja, soll es lieber eigentlich diese 25 Spiele davor werten, die keine Geisterspiele waren, weil das kannst du einfach nicht für voll nehmen. So, das ist keine ernstzunehmende Tabelle am Ende. Und ich hoffe sehr stark, dass uns das jetzt nicht zum Beispiel den Aufstieg oder sowas nimmt oder quasi entscheidet, egal in welche Richtung, kann auch der HSV davon betroffen sein, wenn wir aufsteigen, wie auch immer, dass die jetzt irgendwie zusammenbrechen aus irgendwelchen Gründen. Wer weiß, haben wir noch eine Heimstärke, wenn wir jetzt keinen Zuschauer zu Hause haben gegen den HSV? Also, gleichermaßen haben wir jetzt auch noch, haben wir dann keine Auswärtsschwäche mehr, wenn wir jetzt vor keinen Zuschauern in Kiel spielen. In Wiesbaden ist, glaube ich, noch nicht offiziell raus, dass die ohne welche spielen, aber ich gehe mal davon aus, dass die ohne welche spielen werden. Zumindest habe ich noch nichts Offizielles gesehen. Ja, das ist alles abzuwarten. Sehr interessant und ja, nicht so geil. Auch bei mir, die Uni, würde eigentlich, ich habe jetzt noch einen Ferienjob heute und morgen, würde eigentlich am 16. März weitergehen, aber da ich ja im Bundesland Bayern studiere. Gut, in Baden-Württemberg ist jetzt, glaube ich, auch dasselbe, die selbe Maßnahme. Beginnt das Studium erst am 20. April. Heißt, ich hänge jetzt einfach gefühlt einen Monat in der Luft. Guck mal, was ich da jetzt mache. Vermutlich nochmal irgendwo shoppen oder so, aber seid vollkommen für den Arsch. Weil jetzt weiß man natürlich auch nicht, erstens, ne, findet es überhaupt statt? So, weil viele ja auch eine Sommerwelle vom Coronavirus nochmal mal vorhersagen und so weiter. Also, das ist auch unklar. Beim 20. April. Und dann, mein Stundenplan ist mehr oder minder ein bisschen löchrig, so wie letztes Jahr. So komisch verteilt, so einen Tag volle Kanne voll, dann nix dann so eine Vorlesung irgendwie. Tendenziell könntest du dann den Stundenplan irgendwie zusammenschrumpfen, aber gut. Das wird wahrscheinlich auch nicht so möglich sein, wie ich mir das halt jetzt mal denke, weil natürlich die Dozenten und und so weiter und so fort auch irgendwo andere Kurse haben, dass die alle schon so abgestimmt sind, die Stundenpläne. Das heißt, wird wahrscheinlich einfach nach hinten geschoben, einen Monat, und dann einfach gesagt, nö, du, hattet jetzt halt einen Monat mehr Pause, jetzt nach dem ersten Semester quasi, jetzt diese Frühlingspause, wie auch immer, habt ihr halt im Sommer weniger. Habt ihr halt den Monat im Sommer nicht. Müssen wir alles nach hinten verschieben, mir kenne ich es dafür, ihr auch nix, aber muss halt so. Bin immer gespannt, wie dann das Semester aussieht, wie sich es dann darstellt. Dann habe ich irgendwo im August wahrscheinlich, Mitte August dann meine Abgaben oder halt Klausurenphase, Prüfungsphase, wie auch immer. Die Bundesliga hat jetzt zumindest eine Aktion gebracht, ganz cool eigentlich, ich meine ja sowieso Sky, aber für die, die es nicht haben, ist es natürlich cool. Frei empfangbar auf SkySport News HD, was ja auch für alle frei empfangbar ist. Die Samstagskonferenz der Bundesliga, die 15.30 Uhr Konferenz und die am Sonntag, die 13.30 Uhr Konferenz, glaube ich, ist es. Die zeigen, ist es frei empfangbar für alle, also betrifft es Dortmund gegen Schalke, Leipzig, Freiburg, Hoffenheim, Berlin, Köln, Mainz, Hannover, Dresden, St. Pauli, Nürnberg und auch Wiesbaden, Stuttgart. Also das ist zumindest ganz cool. Aber ich glaube auch nur die Konferenz, natürlich kein Einzelspiel, aber mehr als ich jetzt erwartet hätte von einer Firma wie Sky, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Dazu natürlich, wenn ich jetzt natürlich bis zum 20. April nicht in Hansbach bin, schaue ich mir die Spiele natürlich hier an, auch die Geisterspiele und so weiter. Das heißt, da wird es dann leider auch bis zu dem, weiß ich was, dann für den Spieltag ist an dem Wochenende keine Live-Reaktionen von mir geben leider. War ja eigentlich geplant, dann gegen Kiel wieder anzufangen, nächsten Sonntag mit einer Live-Reaktion zum Auswärtsspiel und so weiter und so fort. Aber alles, kann man ja nichts gegen machen. Und deswegen, ja, da leider keine Live-Reaktion. Vielleicht gibt es mal irgendwie diesen Fall, dass ich hier irgendwie alleine setze oder wie auch immer. Aber, ja, stand jetzt, schaue ich mir die Spiele hier an, auch die ganzen Heimspiele stand jetzt, wenn die alle Geisterspiele sind, aber wird dann vermutlich erst mal keine Dingenschen geben, keine Live-Reaktionen. Und ich sehe gerade hier, ah, okay, gerade kam eine Meldung hier rein auf Twitter, habe ich gerade spontan noch zugesehen, dass Aue gegen Sandhausen am Wochenende sogar komplett abgesagt wurde, wenn ich es hier richtig lese, weil zwei Fans sich beim Sachsen-Nürbchen gegen Dresden am letzten Wochenende, also dass sich halt zwei mit dem Coronavirus infizierte Fans ganz im Stadion befanden. Jetzt scheint es so, ja, das Spiel ist wirklich komplett abgesagt. Ich weiß nicht, ob es auch, ja, doch, okay, es ist wirklich komplett abgesagt, also mal gucken. Wenn es jetzt immer so weitergeht und auch die ersten Fälle im Fußball sind, da ist jetzt der Typ von Hannover und dann der Rogani, glaube ich, von Juventus, wo schon Spieler anfangen, mit Coronavirus, sich denn irgendwo einzufangen. dann kannst du auch da die Teams erstmal in Quarantäne schicken und die Gegner und so weiter, wie bei Arsenal jetzt, wo der Olympiakos irgendwas hatte mit Corona oder der zweiten englischen Liga auch mit, was war das, wie heißt denn die jetzt nochmal? Nottingham Forest, genau, wo auch der Präsident Corona hatte und im Stadion war und so weiter. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass einfach irgendwann dieser komplette Spielbetrieb eingestellt wird und dann gucken, was passiert. Da wird wahrscheinlich bisher noch absolut keiner eine Lösung für haben, die geben, gefällt. Gehen wir mal jetzt mal zurück zum Spiel. Das wollte ich noch mit dazu reinnehmen. Wird halt ein Ticken längerer Podcast. Na ja, die erste Halbzeit, habe ich ja vorhin schon gesagt, mir fällt ja jetzt aktiv keine große Chance von irgendwem ein. Die war auch in dem Vlog extrem kurz, weil einfach nichts passiert ist. Weder auf den Rängen großartig, noch auf dem Platz. Zweite Halbzeit kommt es dann ganz gut rein eigentlich. Ich kann auch zur Aufstellung sagen, dass ich die eigentlich an sich ganz gut fand. Was das mit Castro sollte, habe ich nicht ganz verstanden, weil ich den einfach, keine Ahnung vom Spielertypen, ist nicht meins. Das ist so ein Spieler, der ist an sich ja nicht schlecht, aber ein grundsolider Kicker, aber der hat einfach nichts Besonderes an sich. Null. Null. Das war dann jetzt, zuerst kam es rüber, als wäre es eine Dreierkette, weil es von Football einem es so wiedergegeben hat. Und dann war es scheinbar echt so, dass Castro dann wieder einen Linksverteidiger gespielt hat. Verstehe ich, warum gibt es nicht einfach mal einem Sosa eine Chance oder stellst du den Moda dahin? Das macht einem Castro aussichtlich keinen Bock, da Linksverteidiger zu spielen. Und ja, aber an sich war die Aufstellung okay. Also wie gesagt, er hat ja auch González, Wamke Duka Gomez und sowas alle drin. Also an sich alles in Ordnung. Und dann kommt, ja, nee, wir hatten diese riesen Schorts noch vor dem 1-0. Dieses Ding, wo irgendwie der Ball auch einen halben Meter vor dem leeren Tor steht und den irgendwie, weiß ich wer es war, aber auf jeden Fall nicht reingestochert bekommt aus irgendwelchen Gründen. Auch unmöglich, so ein Ding eigentlich nicht zu machen. Dann wunderschön rausgehobene Flanke, da stand Bielefeld mal defensiv nicht so optimal und Gomez nickten ein, weil er einfach nicht gedeckt ist und unter Keeper nicht energisch genug hingeht. Schöne Kiste, da war kurz, Kurzeskalation, kurz gute Stimmung, weil über den ganzen Abend hinaus jetzt nicht, war ja ziemlich voll, 54.500, also auch seit Freitag davor, wo die Meldung kam, nochmal 3.500 Karten dazugekommen, also echt stark, gute Kulisse an sich, aber jetzt die Stimmung war jetzt nichts Besonderes, die ist bei uns ja immer grundsolide und ganz, grundsolide eigentlich immer ganz gut. So ein paar Ausreißerspiele nach oben und unten, oder nach oben haben wir einige Ausreißerspiele, aber das war jetzt gestern eher eins, was so im Mittelmaß oder nach unten anzusiedeln, was Stimmung angeht, aber bei dem Tor war kurz Eskalation, da bin ich ja auch mit drauf, die GoPro kam halt nicht ganz drauf, dass das Flutlicht da so komisch aus Spielfeld scheint, davon hat man halt quasi nichts gesehen, von dem Tor, aber da war kurz Eskalation, gute Stimmung, aber nach dem 1-0, da ist halt nichts mehr passiert, da kam kein energischer Druck mehr, dass du es 2-0 machst oder sowas, weil es ist ja nichts Neues, dass Bielefeld Kampbequalitäten hat, da hat man sich dann absolut verzettelt nach dem 1-0, definitiv, weil da war für mich zu wenig Druck und zu wenig Wille, da wirklich noch das 2-0 hinterzulegen, das war schon nach dem 1-0 einfach nur quasi Verwaltungsmodus, ja okay, jetzt haben wir das 1-0, sehr gut, wir führen, Glück gehabt, wir führen nicht Bielefeld, jetzt wuppen wir das schon irgendwie, ne, das ist halt schon von Grund auf die falsche Einstellung und dann wechselst du dir, da bleibe ich dabei bei der Meinung, du wechselst dir das 1-1 ein, du wechselst es dir ein, du bringst Karasor für Gommes, das habe ich schon im Stadion nicht ganz verstanden, da wurde ich mehr oder minder zum Glück auch drei Minuten später bestätigt, als dann das 1-1 fällt, weil meine Fresse, was ist denn das für ein Zeichen, du nimmst einen Stürmer raus, das heißt, du gehst davon fest aus, dass du dieses 1-0 irgendwie halten kannst in den letzten 15 Minuten oder 18 Minuten, was wir ja nachweislich einfach nicht können, das hat sich bei uns schon so oft die Fehler eingeschlichen, dass man jetzt irgend so einen Defensivwechsel für einen Minuten Verschluss macht und dann kassierst du noch ein Tor und zack, flupp, uppala, ich bräuchte ja doch nochmal ein Tor, ah Mist, ich habe ja meinen Stürmer gerade rausgenommen, weil ich dachte, ich kriege das Ding verwaltet irgendwie und das war bei uns jetzt auch wieder der Fall, nimmst du einen Gommes raus, bringst du einen Karasor, der hatte dann quasi drei Minuten Zeit, sich da hinten einzufinden in dieser Kette, wie auch immer der dann da drin gespielt hat und ob dann am Ende von acht Leuten in der Abwehrkette einer einen Fehler macht und das Tor fällt oder von drei Leuten hinten einer einen Fehler macht und das Tor fällt, ist auch scheißegal, ich hätte einfach wirklich so weiter gespielt, vielleicht einen Mangala rausgenommen, der seit der 30. wurde ja später rausgenommen, aber seit der 30. mit Geldverwand durch die Gegend gelaufen ist, aber meine Fresse, wirklich, das war auch einfach nur schlecht verteidigt, das Ding, das kann schon in der Entstehung musste das Ding eigentlich abtöten, das Tor, dann kriegt da Stenzel halt den, das fällt da, kriegt da irgendwie den Arm ins Gesicht, wie auch immer, das, ja, viele sagen 50-50, für mich ist es eher so ein 40-60-Ding, also 40% der Fälle wird es gepfiffen, in 60 nicht, na, das war für mich jetzt eh, na, kein Grund, das Tor irgendwie abzupfeifen, also sowas wurde auch schon mal abgepfiffen, aber für mich war da mehr Stenzel in der Pflicht, der wegen so einem Minimalkontakt da einfach umfällt, das war ja auch gestern, nehme ich mal einen Vergleich, jetzt hat es kurze Gringel gehabt, ich weiß gar nicht mehr, wo ich jetzt war, aber ich glaube, ich war im Gegentor noch, wo ich mich noch kurz, wo ich noch kurz drüber abkotzen muss, warum man so einen Wechsel setzt und noch mal ein bisschen weiter drüber abkotzen muss, du sendest der Mannschaft ein Zeichen, Jungs, wir führen 1-0, mehr oder minder ungeplant vom Gefühl her, oh cool, wir führen sogar 1-0, jetzt verwalten wir einfach das Ding, also man, dann geh doch einfach auf das scheiß 2-0, dann kriegen wir es auch innerhalb von 10 Minuten im Normalfall nicht mehr irgendwie gedreht oder noch einen Punkt rausgeholt und dann fängst dir drei Minuten später auf Karma mäßig das 1-1, also wie dumm kann man sein, dieser Wechsel hat für mich keinen Sinn ergeben, dann nimm irgendwen anders raus, nimm Mangala raus, nimm Hamengi Duga raus, nimm den einzigen Stürmer raus, der da vorne den fucking Ball ins Tor bringen kann, weil wir auf der Bank auch kein Al-Gadoui mehr hatten, er ist ja verletzt gewesen, klar kam später ein Klimovic noch für acht Minuten oder sowas rein, Massimo Fusila später die Einwechslung war ja, oder direkt nach dem Tor die Einwechslung, die war ja auch, also Massimo ist für mich defensiver Asil, ähm, und dann Klimovic, klar, ja, der ist wuselig und sowas, aber da habe ich jetzt auch nicht erwartet, dass der jetzt vorne Wunder verbringt und das 2-1 schießt in der 88. Minute oder sowas, das ist zum Kotzen, du sendest der Mannschaft das Zeichen, Jungs, ich bin zufrieden damit, jetzt verwalten wir bitte 15 Minuten lang und lassen Einmannstraße 15 Minuten auf unser Tor fahren von Bielefeld und hoffen, dass wir uns nicht mehr das 1-1 fangen, dann fängst du drei Minuten später das 1-1, also da hat er sich schlicht und greifend vercoacht, kann mal passieren, aber halt in so einem Spiel doppelt und dreifach nervig, wie gesagt, das Unschi am Ende war definitiv das verdiente und, äh, ähm, richtige Ergebnis, dass es Unschi hinausgegangen ist. Bielefeld hat sich das definitiv verdient gehabt, hat er nachher auch diesen, nach diesem nächsten Bock von Stenzel am Mittelkreis eine riesen Chance, aber dann macht halt Chip Block VfB-Dinge aus seiner VfB-Vergangenheit und Chip den Ball halt völlig scheiße rüber und dann vertennelt er diese riesen Konterschance, zwei gegen eins, sonst hätten wir das Ding auch noch verlieren können. Klos hatte, glaube ich, auch zwei, drei Dinger vor dem 1-1, weil nach dem 1-0 haben wir uns einfach zu sicher gefühlt und zu, zu seiterin gewogen, dass wir jetzt das 1-0 gemacht haben und es irgendwie über Zeit wuppen werden. Das musst du einfach cleverer machen. Wenn du schon 1-0 führst gegen Bielefeld, du hast es schon da, wo du es da haben musst oder wo du ziemlich jeden Gegner haben musst, du führst. Du kannst jetzt erstmal bestimmen, wie gehe ich weiter das Spiel an, weil ich führe, ich musste nicht diesen Druck aufbauen auf den Gegner. Weil Bielefeld kam dann, da hättest du einfach mal irgendwo einen gezielten Konter noch setzen können. Klar, wir hatten ja auch noch Tempo über die Flügel mit, gut, Massimo ist auch relativ schnell und dann vor allem noch Gonzalez. Also an sich, Kontergefahr hätten wir ausstrahlen können, um 2-0 zu markieren, aber dafür ist einfach das 1-1 zu schnell gefallen. Und dazu hat er die ganze Zeit da so eine hängende 9 oder sowas hat die Dabby vorne gespielt. Also, der hat einen Abschluss, ja, aber der war ja maximal lost da vorne drin. Das hat er nichts gebracht. diese Wechsel machen für mich keinen Sinn. Und dann am Ende war es ein gerechtes Unentschieden. Bielefeld hat diese riesen Chance dadurch diesen Konter da mit 2 gegen 1, diese nicht nutzen. Wir hatten auch keine großen Chancen mehr. Doch, ein so Ding hat man aber, was ähnlich war wie vor dem 1-0. Das ist so eine Ecke, wo irgendwie dann 80 Leute auf dem Ball stehen. Und direkt danach kam er da Konter nach dieser Enke, die vielleicht irgendwer hätte reinstechern können, kein Plan. Die sehen ihn nicht mehr genau im Kopf. Danach ist dieser Konter gefahren von Schiblock und Co. Und am Ende sage ich, es ist einfach ein gerechtes Ergebnis. Bielefeld steht absolut zurecht da oben. War eher ein taktisch geprägtes Spiel. Wir hatten aber, was mir noch aufgefallen ist, so unsagbar viele dumme Ballverluste. Du merkst halt bei diesem Klub, dass es einfach, es ist nicht möglich, ein Spiel 90 Minuten lang oder diesem Team ist es irgendwie einfach nicht möglich, ein Spiel 90 Minuten lang mit voller Konzentration durchzuspielen. Sonst passieren solche Fehler nicht, wie bei, wie vor dem Konter von Stenzel am Mittelkreis. Dann fliegt auch ein Stenzel nicht bei dieser Minimalberührung direkt um und spielt nicht einfach weiter, weil jedes verfickte Tor, sorry, aber jedes verfickte Tor wird gerade, wird kontrolliert vom VIA, auch das Tor wurde kontrolliert. Da musst du nicht in sterbenden Schwan spielen, sondern spiel einfach weiter und guck dann, was der Videobeweis entscheidet. Also, ja, und wäre es jetzt, ja, das wäre es jetzt, ja, es ist einfach ein fucking wichtiges Spiel gewesen und dann spielst du nur unschiehen, in Anführungszeichen. So die Hoffnung, dass du zu Hause gewinnst, klar, Bielefeld auch besseres Auswärtssiehmer, dass du zu Hause gewinnst. Sie haben halt nur einen Punkt Vorsprung auf den HSV und Bielefeld ist mit sechs Punkten Abstand, die sind so ziemlich durch. außer die brechen jetzt ein und kriegen diese, ja, schon oft passierte Aufstiegsangst, aber die sind durch und das auch verdient. Die spielen so, wie man Zweite Liga spielen muss. Man merkt es auch schon, die haben nonstop gepresst, immer drauf, gefühlt schon am 16. bei uns angefangen, immer gepresst, immer gepresst und wir kamen nicht drauf klar. Also viele Dinge, die Kobel irgendwo ins Ausgeschlagen hat oder, ja, nicht so toll kamen nach vorne in die Bälle. Wir kommen nicht drauf klar, wenn ein Gegner uns richtig, richtig Gegenwehr bietet, also physisch vor allem und Druck und Pressing, da kommen wir nicht drauf klar und das ist einfach gefährlich, weil so, so spielen die meisten, ich sag mal, Underdogs oder halt Gegner von uns, die schlecht an der Tabelle stehen, spielen die meisten gegen uns, genau so. Ah, ja, das ist, nee, bin ich kein Fan davon, das Spiel 1-1 zu spielen, am Ende des Tages war es verdient, was willst du sagen, war am Ende des Tages verdientes Unentschieden. Ja, man hat sich einfach ein bisschen mehr erhofft, so. Dieses große Spiel Montagabend quasi ausverkauft, die Chance, noch dem HSV ein paar Punkte abzunehmen und auch Bielefeld ein paar Punkte abzunehmen. Ich meine, am Ende ist das Tag scheißegal, ob eins oder zwei, aber das ist einfach schade, in so einem Spiel dann Unentschieden zu spielen, weil es nicht wirklich viel weiterbringt. Beide nicht, oder doch, Bielefeld schon, aber uns nicht wirklich viel weiterbringt, leider. Ja, das wäre eigentlich dann schon zu dem Spiel. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir ohne Zuschauer agieren, ne, wie so diese Spiele aussehen, ähm, die ganzen Geisterspiele von uns aussehen, kein Plan, ob das irgendeinen Effekt hat auf uns, ähm, spielerisch oder von den Ergebnissen und so weiter, bin ich mal gespannt drauf, ob die Saison überhaupt noch irgendwie irgendwie weitergeführt wird oder ob die zu Ende gespielt wird, wie auch immer. Einfach bitte diesen Scheiß-Aufstieg machen. Das Schlimmste, was ich mir wirklich vorstellen könnte, einfach wenn die Saison annulliert wird oder abgebrochen wird und dann nochmal ohne Aufsteiger, Absteiger, wie auch immer, nochmal genauso gespielt wird. dann würde ich anfangen zu kotzen, weil ich hab nicht nochmal Bock auf die Zweite Liga. Diese Saison war so zäh und so fucking schlecht in vielen Fällen und so nervig lange diese Saison, wirklich kein Bock mehr auf diese Zweite Liga. Er hat ja einfach meistens Dreckskick in dieser Zweitliga. Kein Bock drauf. Einfach wirklich kein Bock drauf. Jetzt, das können eher in die Preview von Wiesbaden reinkommt. Am Freitag spielt der HSV auswärts in Kreuter Fürth und Bielefeldshaus die gegen Osnabrück im Derby, was ja sowieso kein Derby wird, weil ja keine Zuschauer da sind und wir spielen am Sonntag auswärts in Wien-Wiesbaden. Jetzt sowieso bin ich mal gespannt drauf, wie sich das entwickelt. Jetzt haben wir zwei Auswärtsspiele und den kleinen Vergleich mache ich jetzt auch hier noch. Den werde ich wahrscheinlich auch nachher in der Preview nochmal bringen, aber den bringe ich jetzt einfach noch. Ich hoffe einfach mal, dass dann in ein paar Wochen, in einem Monat relativ genau, dann wenn das Heimspiel gegen HSV stattfindet, das wieder mit Zuschauern stattfindet, auch wenn ich es aktuell nicht glaube der Entwicklung des Virus deswegen. Aber jetzt mal kurz noch der Vergleich. Auswärts in Wiesbaden also sorry, die sind 16 oder du musst im Normalfall gewinnen oder wir wissen, wir sind der VfB, wir sind auswärts zu dumm zum Kacken unsere Aufgaben zu erledigen. Deswegen bin ich nochmal gespannt, was da passiert. Der HSV entführt, wir haben da verloren, aber jetzt weiß ich, auch ohne Zuschauer, auch unser Outstream in Wiesbaden, was weiß ich, hat das irgendeinen Effekt? Ändert das irgendwie was? Mal gucken. Weil haben auch manche jetzt gesagt, in irgendeinem Podcast oder so, die ich mir anhöre, der VfB hat jetzt zumindest in Heimspielen nicht mehr diesen Druck gefühlt, der so nach jedem dritten Fehlpass, die in diesem Spiel auch echt viel waren. Also die Pfiffe nicht, auf die ich gleich zu sprechen komme, aber die Fehlpässe, so viele schludrige Fehlpässe, wenn man einfach so oft nicht wach, so gefühlt schon im Kopf, wenn zum Beispiel Nidawi einen Ball hat oder sowas, der hat schon im Kopf, okay, ich spiele jetzt zu Mangala, dann ist der Kopf abgeschaltet und dann kommt dieser Pass zu Mangala völlig unpräzise und nichts, wenn man schon im Kopf hat, okay, ja, den habe ich gerade schon gespielt, obwohl noch nicht mehr gespielt ist der Ball. So vom Gefühl kommt es mir manchmal einfach wirklich so rüber, als wäre das so ein Durcheinander und einfach so, ja, eigentlich können die sich ja nicht davon irgendwie beeindrucken lassen oder unter Druck setzen lassen. Die Spiele alle zwei Wochen vor der Arena und vor der Kulisse, aber das war einfach so oft so wenig Wachheit. Unsere Passquote sagt was anderes wieder mit 84, 85 Prozent, glaube ich, aber wir hatten so viele schludrige Pässe, langsame Pässe, die halt einfach wie in den letzten Wochen auch die letzte Genauigkeit fehlten, die letzte Wachheit, die letzte Wille fehlt. Das war so das grundlegende Problem auch in dieser Partie wieder am Ende. Auch wenn 1-1, wenn man es sich ja tabellarisch anguckt, gegen die Tabellenersten auch in Ordnung ist. Das Ergebnis am Ende auch in Ordnung war, das 1-1. Aber mal gucken, wie es jetzt in Wiesbaden ist, ob wir jetzt aus, weil auswärts werden die Heimspiele, die Heimmannschaften ja auch immer gegen uns quasi aufgestachelt zur Top-Leistung. Das passiert jetzt wahrscheinlich nicht mehr ohne Zuschauer und zu Hause ist der VfB an sich dann vielleicht nicht mehr so verunzigert oder sowas, dass ab der 15. Minute beim dritten Fehlpass die Haupttribüne anfängt zu pfeifen, was jetzt nicht mehr so krass ist, aber ja mal relativ krass war und da weiter noch. Wer weiß, vielleicht hat es sogar einen positiven Effekt auf uns, aber auf uns Fans auf jeden Fall nicht. Gibt es ja auch viele, die unter der Woche schaffen gehen, schaffen gehen, schaffen gehen. Ich habe irgendwo einen Tweet gesehen, ich gehe unter der Woche malochen und fahre wochenends zu den ganzen Spielen auswärts und zu Hause, das fällt weg, das werden deprimierende Wochen. Ist halt auch wirklich so, das werden deprimierende Wochen für wirklich richtige Hardcore-Fußballfans, aber auch, ich will jetzt nicht als so ein Hardcore-Sin, der zu jedem Auswärtsspiel in jedem Heimspiel fährt. Ich mache so die Auswärtsspiele, die machbar sind oder in der Nähe sind, wenn ich dann Karten komme und halt die Heimspiele. Wird auch für mich scheiße, wenn es wirklich dann irgendwelche Heimspiele oder für alle anderen VfB-Fans scheiße, wenn es irgendwelche Heimspiele vor ausverkaufte Kulisse gegen HSV einfach Geisterspiele sind. Dann huckst du wieder zu Hause und guckst dir so ein scheiß Geisterspiel, ein scheiß Heimspiel-Geisterspiel an, wo du eigentlich noch voll meinst, bis geile Heimspiel, da geht es jetzt gleich hin, da geht die Post ab. Ne, huckst du zu Hause auf dem Sofa und guckst dir zu, wieder in Testspielambiente so ein halblebiger Fußball gespielt, weil auch einfach die die fußballerische Qualität nimmt einfach ab ohne Fans. Als ob jetzt zum Beispiel dieses Bergamo, dieses Valencia gegen Bergamo Spiel, als ob das 3 zu 4 ausgegangen wäre im Normalfall. Im Leben doch nicht. Als ob der BVB in Paris rausgeflogen wäre mit 2 zu 0 und so eine scheiß Darbietung geliefert hat. Das hätte sich auch geändert mit Zuschauern, safe. Vielleicht wären sie immer noch rausgeflogen, aber ich glaube die Darbietung zumindest hätte sich geändert vor Fans. Wieder feste Überzeugung. Und jetzt, man kann die ganzen Effekte nicht mehr nehmen. Bielefeld, Heimstark oder wie auch immer, Derby-Charakter, da ist vielleicht was drin. Das sind keine Zuschauer. Das hat keinen Derby-Charakter mehr. Oder auch Kreuter Fürth gegen Hamburg. Jawohl, Kreuter Fürth zu Hause relativ stark, auch gegen uns gewonnen. Ne, sind keine Zuschauer mehr da. Wir, auswärts schwach, obwohl der Auswärts-Support aber geil ist. Ne, keine Zuschauer da. Aber so an dem, was man so bisher bewerten konnte, darf der HSV gerne in Fürth patzen, was ja heftig wäre. Da hätten ja 3 Wochen in Folge gepatzt. Das Derby zu Hause gegen Dingensen verloren. Ah ne, nicht alles verpatzt. Zu Hause gegen Pauli verloren, dann zu Hause auswärts in Auer verloren. Dann haben sie ja zu Hause gegen Regensburg irgendwie einen Sieg durchgewirkt, noch bekommen. Und dann vielleicht patzen sie ja und nehmen nur einen Punkt mit in Fürth. Das wäre ja ganz gut. Bielefeld zu Hause gegen Osnabrück, denen rechne ich gerade absolut nie irgendwo Punktabzüge ein eigentlich, weil einfach zu abgekühlt sind bisher. Einfach die zwei Liga, die haben den Code einfach geknackt, die Bielefelder. Und dann wir in Wiesbaden müssen ja im Normalfall gewinnen. Oder sollten gewinnen, aber who knows, ich sehe da jetzt auch wieder so ein typisches scheiß Unschieden oder so. Dann die Woche drauf. Spielen wir zeitgleich in Kiel. Kiel, Siebter, die kommen gerade wieder ran ein bisschen. da auch wieder, sehe ich gerade nicht mehr als so Unschieden. Und der HSV spielt gleichzeitig zu Hause gegen Bielefeld. Vielleicht kann ja da wenigstens irgendwie, da wäre ich ja gerade fast sogar für Bielefeld, dass sie auswärts in Hamburg gewinnen oder zumindest den Punkt mitnehmen, weil ich sehe gerade nicht, dass Bielefeld irgendein Spiel verliert. Sehe ich gerade einfach wirklich nicht. Vielleicht kann ja sogar Bielefeld auswärts in Hamburg gewinnen oder so. Also ich sage mal, die nächsten Wochen sind an sich, wären wir nicht auswärts so saumäßig dumm, sind die an sich schwerer für den HSV als für uns. Bielefeld brauche ich gar nicht mehr vergleichen eigentlich. Weil der HSV spielt in Fürth, wo wir auch Punkte gelassen haben, alle Punkte gelassen haben, aber die können ja vielleicht nur Unschieden spielen. Und spielen sie auch gegen Bielefeld, die sich absolut von keinem Team schlagen lassen und auch bei uns einen Punkt geholt haben. Vielleicht können die ja auch einen Punkt da mitnehmen, die Bielefelder. Dann hat der HSV nur zwei Punkte und im Normalfall, gut, im Normalfall würde bei uns heißen, wir verlieren beide Auswärtsspiele dumm, aber im Normalfall tabellarisch und Co. gesehen, jetzt außer mal Kiel, weil die jetzt gerade sich so ein bisschen hochgesneakt haben auf den siebten, zumindest mal Wiesbaden, musst du eigentlich da vier Punkte mitnehmen. Dann hast du 49 Punkte und der HSV hat 46. Dann hast du wieder den drei-Punkte-Abstand her und dann kommt das Heimspiel gegen HSV. Da gewinnst du das da im Bestfall. Ich sehe bessere Chancen, dass wir zu Hause gegen HSV gewinnen, als noch vor dem Bielefeld-Spiel zu Hause. Auch vom Fußball, einfach vom HSV her, sehe ich es einfach mehr, dass wir die zu Hause schlagen können. Und dann hast du bis zu sechs Punkte davor. Das wäre so Optimalfall, aber es kann natürlich auch sein, dass der HSV beide Spiele gewinnt, wir beide Spiele verlieren, wenn wir auswärts dumm sind und dann sind wir hinter dem HSV wieder. Und zwar deutlich. also das war junger, das wird wirklich bis zum Ende, wir haben ja jetzt dann schon den 26. Spieltag, das wird bis zum Ende geführt, bis zum letzten Spieltag, wird das spannend, leck mich am Arsch. Und dann bedanke ich mich, bedanke ich mich, jedes Mal aufs Neue verspaste ich da am Ende, wirklich bedanke ich mich fürs Zuschauen, zum dritten Mal. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören, es bleibt alles drin, wir sind roh hier am Start, bedanke ich mich, Alter, bedanke ich mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.